Hallo Jenny. Hallo Hendrik. Was machen wir heute? Wir wollen heute Spaß und Mitch haben. Okay. Hier. Ist das ein guter Plan? Guter Plan. Hier. Action. Action. Komm. Ja. Los. Hebs Bein. Und nu, und nu, und nu, und nu. Komm, komm. Komm. Kameraperspektive von unten. Und, 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 und. Ja, nice. Krasse Action. Krasse Action. Wie geplant. Komm. Komm. Nee. Ey. Mach nochmal den zurück. Ja. Ja. Komm. Komm. Jetzt fangen wir mal anders an. Was hast du vor? Ja, ich wollte jetzt voll krass steigen. Aha. Cool. Ich stehe mal wieder auf. Ja. Vielleicht kommt seine Motivation ja gleich noch so wie Baseball hin. Der Appetit kommt beim Essen. Los geht's. Los geht's. Action. Ja. Reiten. Reiten. Ding. Nein. Jetzt hab ich das Leckerchen in der Hand. Oh. Kannst du mir geben. Und jetzt ist ja auch schon wieder Trantüchi. Oh nein. Ich hab den grad so schön warm geritten. Oh nein. Komm. 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 Ja. Ja. Komm. Das sieht nach was aus. Komm lieber hoch. Ja so ein bisschen. Also ja so. Er macht so einen weiteren Schritt irgendwie so ein bisschen. Was hab ich denn hier für eine Schlaftablette erwischt? Komm. Was machst du denn da? Ja. 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 Weiß ich nicht. Ja. War das jetzt nochmal der Versuch zu steigen? Ja. Hier kommt jetzt eine krasse Einblendung. Hallo. Von da ein bisschen Action. Hallo. Ist das ein Plan? Weiß ich nicht. Jetzt kannst du wieder das machen, was du schon mal bei Bay gemacht hast, wo der Bildschirm so macht. Ja. Ja. Und dann kommen in Slow Mo krasse Aufnahmen. Ja. Nee, in Slow Mo geht nicht. Wir haben die falsche Kamera, aber krasse Aufnahmen. Ja. 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 War noch nichts, aber wir machen nachher noch einen besseren. Okay. Ich komm jetzt mal im spanischen Schritt so an dir vorbei. Ja mach das mal. Das wird eher so ein Fail-Video. Ich seh das schon. Okay, nee, nicht mich umlaufen. Kannst du einmal die Puscheln hochzuppeln und dann schnell in Position gehen, wenn du merkst. Wo ist denn Position? Ja, so, dass du ihn halt sofort fährst. Okay. Jetzt die Puscheln hochzufüllen. Der beiß dich nicht. Die Puscheln hochzuppeln. Ja. Noch mal. Noch mal. Du musst erst ein bisschen mehr kommen. Wettmann. Hallo. Ja. Noch mal, noch mal. Hast du dich verarschen heute? Was ist denn das? Was machen wir denn hier? Ich zuckel an den Puscheln. Noch ein bisschen mehr? Ja. Ich zuckel ein bisschen mehr an den Puscheln. Das gibt's doch nicht. Ja. Was hast du vor? Kannst du noch einmal an den Puscheln zuppeln? Ich zuppel wieder an den Puscheln. Dabei tippst du ihm unter den Bauch? Wie dabei? Ich habe eine Hand. Würdest du mich eigentlich verarschen heute? Was wird denn das hier? Das ist sie doch auch nicht. Ganz ehrlich, das Video heißt dann hinterher nicht Spaß mit Mitch, sondern Hendrik macht sich zum Affen. Ja, es klappt irgendwie nicht so. Aber da waren gerade ein paar schöne Aufnahmen vor dieser. Ich habe heute auch irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin heute... Was ist denn heute? Ich weiß, ich bin doch ein bisschen schreckhaft. Ehrlich? Ich denke die ganze Zeit, der schießt keine los. Und deswegen habe ich die ganze Zeit die Bände in den Flossen. Er steht da so, es ist alles in Ordnung. Und er ist mega ruhig. Und du da drauf, sitzt da. Ja, ich will andere Pferde rennen. Guck dir das mal an, wie weiß die Knöchel hier vortreten. Jenny. Was denn? Es ist nicht kalt, es ist nicht windig. Es ist sehr kalt jetzt plötzlich. Es ist alles in Ordnung und du klammerst dich da, als ob du das erste Mal drauf sitzen würdest. Ich weiß auch nicht, ich habe heute irgendwie... Ich war ein bisschen schreckhaft. Alter Falter. Und er steht da total unbeeindruckt. Kannst du ihm nochmal an den Puscheln? Warte, jetzt klopft es. Was ist denn jetzt? Jetzt wird leckerchen, okay. Jetzt zoppel ich an den Puscheln. Warte. Ich zoppel an den Puscheln. Zoppel an den... Geh doch weg da. Zoppel an den Puscheln. Geht so ein bisschen nach hinten. Geht mal die Richtung seines Pöppels. Ja. Ja. Und nun? Jetzt eine gegen den Bauchklopfen. Wir machen das gleich von unten. Bitte nicht mit der Stiefelspitze ins Gesicht drehen. Danke. Ja, ich versuche es. So. Und nun? Ja, wir machen das gleich von unten. Also ich mache es von unten. Du machst mich wahnsinnig heute. Ich galoppiere jetzt. Jenny, Jenny, halt dich bitte gut fest. Guck mal. Er ist völlig... Er rastet völlig aus. Guck mal, guck mal, wie er durchdreht. Ja. Der kleine Grumpy. Er dreht richtig durch. Halt dich gut. Wir galoppieren jetzt. Wir galoppieren jetzt. Halt dich gut fest. Wenn ich jetzt einmal galoppiert bin, dann komme ich wieder klar. Du musst durch den Stöcke geben, damit du dich gut festhalten kannst. Vorsicht, nicht, dass er wegläuft. Und jetzt sehe ich da Pferde wiederkommen und kriege ich. Ey, was ist denn das? Seit wann bin ich so ein Schisser? Du bist ein Klassiker für heute. Ja, ich weiß auch nicht. Was ist mit meinen Nerven los? Ich habe mich eben schon gefragt, wie eigentlich hier oben... Also du bist ja eben nicht hingefallen. Aber wie kann Sand auf deinen Helm kommen? Ich weiß auch nicht. Hier das mega lange Haar. Ja, nee. Nee, komm her, komm her. Ins Ohr. Vor allem, ich dachte, Mitch, das wird jetzt so voll das schöne Video, wo wir so voll schöne Zirkus-Tricks machen, so wie letztens irgendwann mal. Dieses eine, dieses eine Musikvideo, das war so schön. Ich dachte, wir machen sowas heute nochmal. Und jetzt ist es hier drauf. Und es klappt überhaupt nichts. Und es klappt nichts. Das wird fail. Nein, das wird jetzt noch. So, ab jetzt. Ab jetzt. Ich habe es geklappt. Ich weiß doch auch nicht, ich galoppiere jetzt. Ja, viel Spaß. So. Meine Nase läuft übrigens. Ja, meine auch. Weil es ja gar nicht kalt ist. Komm, jetzt geh schon. Halt dich gut fest. Oh Mann. Jenny, halt dich fest. Oh, jetzt geht der auch nicht vorwärts. Das klappt ja alles gut. Von wegen Galopp. Wie kann man sich denn so abstellen? Jetzt geh doch. Du siehst da aus drauf heute. Ich weiß doch auch. Vor allen Dingen, warum? Ach, er muss auch noch äppeln. Oh Mann, oh. Jetzt bitte Äppel auch. Jetzt äppelt der auch nicht. Meine Güte, ich galoppiere jetzt. Als ob. Ich habe schon wieder die Bähne in den Flossen. Ich nehme die jetzt all meine Flossen. Wieso schreist du? Ja, weil er über den Kopf schlägt. Hä? Ach, ich weiß es doch auch nicht. Ich bin heute nicht so ganz da irgendwie. Vielleicht wäre ich heute doch besser Joey geritten. Das ist das katastrophalste Video aller Zeiten. Ich weiß es doch auch nicht, was ich hier tue. Meine Güte. Oh, Jenny. So, jetzt einmal andere Seite. Das klappt ganz bestimmt. Jetzt gehen wir aber weiter. Also. Nur weil ich mich anstelle, musst du das Spiel nicht mitspielen. Hast du dich gerade nach... Alter, was habe ich mich erschrocken. Warte mal, kurze Anekdote. Jenny... Hast du das gehört wenigstens? Ja, da ist irgendwo... Sie hat irgendwie in den Zaun, in den Holzzaun gebissen. Das hat so... Ach, es war ein Tor. Ach, Jenny. Kleine Anekdote. Ich weiß auch nicht. Jenny hat sich vom Toaster erschrocken. Vom Toaster. War das heute Morgen? Das war gestern Abend. Gestern Abend vor dem Toaster erschrocken. Ja. Ich habe den angemacht. Auf einmal sprangen die hoch. Weißt du was, Jenny? Ich steige jetzt nicht ab. Ich galopie jetzt links. Ich galopie jetzt, bevor die Pferde kommen. Und dann machen wir schöne Zirkustricks. Meine Güte, ey. So, und jetzt Hoppigaloppi. Hoppigaloppi. Ich weiß eigentlich, ich mache jetzt Zirkustricks vom Boden. Ihr habt keinen Bock mehr mit Reiterei. Scheiß drauf. So. Bitte. Ich habe jetzt hier Schmeckerlis. Und jetzt mache ich erstmal das mit dem Puscheln. Halt dich trotzdem gut fest. Was ist das heute? Feini, komm. Entschuldigung. Ich schmeiße jetzt. Oh, überhaupt nicht. Halt dich gut fest. Geh mal den nach vorne. Mach den mal nach vorne. Halt dich fest. Wofür bin ich so schön warm geritten eigentlich? Halt dich gut fest. Oh. Es fällt das Pferd auch noch um. Ja. Halt dich gut fest. Nicht, dass du umfällst. Hey. Die Seite geht nicht so selbstständig, ne? Entschuldigung. Können sie vielleicht runterkommen? Können sie? Nee. Du sollst hier runterkommen. Er hat Angst, dass du umfällst. Er möchte dich fest. Was wird das? Was ist das eigentlich für ein Knödel aus Pferd und Mensch? Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß es doch auch nicht. Ja, ganz runter. Nee, knick dir doch mal. So. Eieiei, mein Helm stört mich auch. Ich ziehe jetzt meinen Helm raus. Lass mich das lieber, setzt du dir lieber wieder auf? Nee, den kannst du ablassen. Nicht, dass du da drüber stolperst. Halt dich gut fest. Oh Mann. Nee. Er ist aber auch so richtig motivierend. Er hat so richtig Bock heute. Und ich stelle mich dann so auf dir an, obwohl du überhaupt gar nichts machst. Du bewegst dich ja keinen Schritt freiwillig. Feini, nicht den Helm. Mein Versorgung, sollte ich mich wieder aufsetzen? Krieg's her. Nicht kaputt machen. Nee, doch nicht? Gut. Dann komm, Schnee. Ich dachte, er setzt sich drauf gerade. Jetzt bitte einmal die Drehung. Oh, Hendrik ist im Weg. Fein, fein, fein. Gut. Feini, langsam. Langsam. Guck, das können wir. Nochmal drehen. Feini, feini, feini. Ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt weggehen muss oder nicht. Ah, immer habe ich diese Schnute im Gesicht. Ich muss vor ihm stehen. Es geht nicht, wenn ich neben ihm stehe. Es geht heute gar nichts. Ist das süß? Es geht heute gar nichts. Ja, für Schmeckerlis gibt es auch Küsschen, ne? Stinky. So, und jetzt legen wir das Pony hin. Jetzt reicht's. Jetzt legen wir den einfach hin. Ja, leg den mal hin. Halt dich aber gut fest. Ja, wenn ich den hinlege, kann er ja nicht mehr wegspringen. Ja, ja. Weiß nicht mehr, wie das geht. Ich habe jetzt so oft immer nur Bay und... Ah, ja. Du solltest vielleicht auf Autofahren ausweichen, statt Reiten. Du solltest vielleicht einfach... Was? Wieso? Wo guckst du hin? Jenny? Ich weiß nicht. Ich stehe doch hier... Ah, Alter. Da. Vielleicht werde ich nicht meinen Pferden allen unterschiedlichen Kommandos besiegen. Völlige Katastrophe heute mit dir. Wieso gehst du jetzt schon wieder weg? Ja, ich kann nicht. Auf mich, auf meinen Hähnen. Da war ich nicht auf den Punkt. Oh, ich schreibe ein Buch. Ehrlich. Die Leiden des Kameramanns. Ständig hinterm Pferd stehen. In eine andere Richtung sprechen. Zehn Meter weg sein. Ja. Ja, das ist... Ja, genau. Das können wir. Vielleicht solltest du einfach... Nur noch auf dem Pferd liegen. Ja, nur noch auf dem Pferd liegen. Ui, 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 ui. Halt dich gut fest. Du, ich hab dich auf den Pferd. Ich hab dich auf den Pferd. Ich bin sicher, ich kann nirgendwo mehr hin. Hm. Vor allem, wie entspannt ist er bitte dabei heute? Er ist ja wirklich absolut tiefenentspannt. Ich finde, wir könnten mal gucken, ob eigentlich das Pferd mittlerweile dem Kameramann auch so... Nein! 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 Ich wollte gerade auf den Kameramann auch so viel vertraut, dass auch der sich auf das liegende Pferd legen kann. Nein. Aber... Wir könnten einfach sagen, wenn ihr das sehen wollt, dann schreibt es doch in die Kommentare, wenn es genug reinschreiben. Dann machen wir das. Er hat ja gesagt. So. Ja, ich sollte heute vielleicht einfach auf die Couch gehen. Genau. Katastrophentraining beendet. Heute nicht Pferd. Heute einfach nur am Boden streicheln. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst doch gerne ein Like, ein Abo und eine aktivierte Glocke da. Guck nicht so, wenn ich das mache. Ich bin immer wieder überrascht, was du dieses mit den Daumen plötzlich machst. Ich finde das gut. Und immer unterbrichst du mich dadurch. Die 90er haben angerufen, sie wollen ihre Geste wieder haben. Bitte, weiter. Man denkt immer dran, jeder Tag, in dem ihr nach Pferd riecht, ist ein guter Tag. Auch wenn ihr auf dem Pferd sind, sehr schreckhaft seid und überhaupt nicht wisst, was ihr eigentlich hier tut. Das war's zwar mit dem heutigen Video, aber wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann klickt doch einfach hier bei Joey oder auch hier bei Duke. Also ich glaube, ich würde bei Joey klicken. Nee, doch bei Duke oder doch bei Joey. Oder erst bei Duke und dann bei Joey. Ich glaube, das klingt nach einem Plan. Ich glaube, das klingt nach einem Plan.